Ich weiß nicht, wie wir in der Fall stehen, wir sind hier. Ich weiß nicht, wie wir in der Fall stehen, wir sind hier. Johann Fels! Hallo! Herzlichen Dank für eure fantastische Unterstützung in der gesamten Saison. Ich war immer toll, auch wenn wir das eine oder andere mal vor allem hier in der General Arena nicht so gespielt haben, wie es sein sollte. Wart ihr immer hinter uns dafür zu bedanken, wie ich mich im Namen des Teams, des Betreuerteams. Häufts nächstes Jahr wieder so zu uns, dann versprechen wir euch, wir werden uns noch mehr reinhauen, wir werden noch mehr kämpfen, noch besser spielen. Und dann können sie uns in ein anderes Match, die Ballen mit der Hand runterfangen, sie können uns den Leuten ausschließen. Und das ist ein Applaus. Wir haben auch Spaß gemacht, das ist ein Applaus, wir haben auch sehr gemacht. Wir werden noch nicht mehr, wir werden noch nicht mehr, wir werden noch nicht mehr.